Das Leben geben für andere. Marc Blaser wird bei einem Hilfseinsatz in Angola erschossen. Mit dem Geld der Lebensversicherung bauen die Eltern eine Stiftung auf für Menschen in Not. Als Seelsorger und Berater begleitet Matthias Hügli Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Damit er bei der Arbeit nicht ausbrennt, geniesst er den sportlichen Ausgleich. Leben, damit andere leben, im Fenster zum Sonntag.